so ja ja aber ich bin mein PC so wie abgekackt also Black Ops hat sich einfach selbstständig minimiert und ich bin jetzt tot und ja ich hab irgendwie nur 2 FPS ja als ich jetzt 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 hat sich gerade gerettet okay ich brauche jetzt wie ne Perks na gut zum Glück hat genug Geld also das war zu unnötig der Tod aber naja zum Glück bin ich jetzt nicht voll runtergerissen dass ich jetzt immer hier so ne und so ich hab auch Quick Arrive obwohl es nichts nützen wird weil du sowieso nicht stirbst Lam Lam so jetzt bin ich wieder flüssig im wahrsten Sinne des Wortes ich hab ihn voll mit Dreck oder Flaschen oh ja die Doggies Doggy Style doch nicht ich hab die ich hab grad verstanden die Daboulen ja uh knapp bei mir ja bei mir auch nein scheiße ich muss mal kurz den Phanagan Schuss abgeben nachladen nachladen das war's gut ja jetzt geht's achja dieser Trick ist schon tricky so leicht so leicht der Last One okay war der Nachladen ich hab überall ja Katz huiii der war low ich hab sowieso drei davon gehabt ich muss sie mir irgendwie einsetzen bei Kuwait sagen okay wenn sie ist immer noch blau bei der Relegan tja was ist doch nicht her ich glaub es ist da ist kaputt Easter Egg Easter Egg Oster Egg Oster Egg Oster Egg Oster Egg Naja Runde 221 schon relativ gut dafür dass ich auf dem PC auf so'n scheiß PC Tuck PC wirkst wirkst ihr so ihr Zocke aber ich kriege bald einen neuen Wuiiii Also ich zieh auch noch mal ganz ab oder will Nein nicht wieder bloß wo es minimiert wurde es in die abgekackte ja das heißt denn wo ich tot war ich wieder begonnen ja ich kann wieder mit der Räder nicht glaubt mehrere Parts weil ich glaube wir sind zu groß die Gerteilt meint es nicht aber das Hochland dauert denn bestimmt lange auch nie Ruhm in St in St ganz ihm gemerkt dass es auch er tut und die Punkte die Punkte der Punkte 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 ein Kind so wie ich mir aus Verlangen ich habe noch ein bisschen als erst einmal ist Bonner gleich wieder wo ich habe ein Zorn ist doch als Bonnialle wieder es war wieder wird und wird und wird und wird auch nicht Max Rau Ja, mach. Nein, 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 nein. Hätst erst einen Affenwerfen sollen, es wird klügerer, aber wenn du in Not warst, dann ist ja auch egal. Oh, Todesraum bin ich. Oh, das wird schwer, bleib erstmal da. Nein, ich renne durch. Ja, geschafft es auch. Schaff alles. So laut. Oh, das ist wieder gut. Das ist wieder laut. Das ist wieder laut. ich denn ich muss die hk nachladen aber das ist eine Nuke die nehme ich mir an warte nein 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 Die Mewke hat jetzt hier nichts gebracht bei meinen Zombies. Ja, noch nichts, das dauert ja. Wie weit, was weg ist, desto länger dauert es. Aber trotzdem, das hat ihnen gar nicht geklappt. Die haben fast gekillt. Jetzt, ob wir Runde 25 noch schaffen? Hm, knapp, Todesraum. Ja, kannst. Fast getodet, deswegen Todesraum. Ha, ha, ha. What the hell? Das war eben richtig knapp. Alter, eben bei mir, vielleicht 3, 4, jetzt sind sie bestimmt. 50. Ja, das ist ein Braunschwein, Mann. Ja, aber richtig dolle. Okay, ich hätte es schnell. Irgendwie, ich spiele nur mit 15 FPS die ganze Zeit, aber trotzdem, wie es läuft, gar nicht. Nein, 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 nein. Also es läuft flüssig, ja. Also ich muss noch auf die Bühne, wo man kurz Zeit funktioniert. Ganz schlecht. Oh, kann. Glückwunsch. Glückwunsch. Ja. Und dann werfen wir Affen, oder? So. So, geschafft. So, bei dir sind alles gut. Bei mir leben noch, oder? Zwei, ich kümmere einen. Da spawnen noch welche. Ja? Noch mehr? Ja, bei mir ist noch ein Crawler gespawnt. Hast du ihn gekillt? Ja. Bei mir ist noch einer, das müsste der letzte sein. So, scheint keiner mehr zu kommen. So, warte mal, ich hab das eigentlich alles... Wollen wir draußen auch mal, oder stört... Na, ne, das stört sich. Machen wir lieber nicht, dafür brauchen das ja nicht. Warte mal... Hm... Erstmal die Städte checken. So, Moni überall... Wann musst du denn wieder punchen gehen? Na, das ist mir eigentlich egal, wann wir punchen gehen. Na, wenn meine Thunder Gun Amor ist. Würde ich sagen, dann können wir. Ne? Kannst'n kehren. Also, ich hab noch richtig viel Moni in der Wild Gun. Na, ich hab... Na, in der Thunder Gun hab ich auch noch voll. So, kannst'n kehren. Oh, mein Finger tun schon weh. Bam, los Puma! Na, ja... Wie viel schon, es war... Ja! Runde 920! Bitschiss? und wiederhundert in der nächsten Runde oder mehr auf jeden Fall über 25 weiß ich nicht genau und hier soll er von 20 genau der Verkündung der Untertitel zwei Stunden schon knapp zwei Stunden Uhr er keine Ahnung Neubert mann eher so eine halbe ungefähr keine Ahnung Lern ja ich jetzt oder nicht hier ist hat sich dort da waren zwei Zungen Norden das war der Wälder nun das Moment wenn die Sporen zu einem schwersten wir werden noch so viel Schaden man macht niemals Headshots ich mag Headshots mit der HK leuchtet man so langsam ich hab ja flinke Hand oder jedes 1 Speed Cola ich weiß nicht ob einer aber so schnell läuft ich glaube nicht aber trotzdem man muss mit einem Weltkrieg das auch und hinter mir laufen soll er kann es ganz 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 der K dort im Raum diese Morsche mit den Gießen denn den Armpart ist es dann auch immer schwer Boah, hinter mir laufen 10 Crowder, ey. Ach du Kacke, sind hier viele. Soll ich helfen? Kannst du machen. Okay, versuch's. Ah, es reicht jetzt. Hey, Arcade zogen und abgeschossen. Okay, ich geb mal kurz Unterstützung von oben. Von oben? Ja. Ach, von da oben, hm. Hallo. So schwer, wieder alle zu sehen. Uh, das ist doch neu. Ich sit nochmal hier hinter meinem Rücken 5 gespawnt. Ah, musst du aufpassen. Ja, weil in den späten Runden es sind ja irgendwie bloß ein paar hundert auf dem Spielfeld oder 50 oder so. Wenn die halt tot sind, spawnt wir neu. Bis die Anzahl halt gespawnt ist. Wenn man tot ist, kommt. Ja, nee, das können sie schaffen. Oh, und die schon drei Schüsse mit der Railgun? Ich muss bald mal punchen gehen. Ich muss hier bald mal meine Donnerkanone benutzen, ne. Kitzel-Drehung nicht benutzt. Uh, horne. Da läuft mir horne, da mir. Und die Sporn ja noch wie mies. Sporn alle in meinem Raum. Scheiße. Scheiße, mein Kettel, ne Laiche. Alter, die Locken mir alle gegensetzen in Gang rum, wenn ich verflüchten will. Das ist über mich. Du sagst das. Das Botlon Crawler halt, das hat. Das Botlon welchen Todesraum. Ich bin der Todesraum. Äh, ja, kannst, kannst, kannst. Okay, pass auf, hinter mir läuft wieder eine Horde, deiner. Na, aber bin nur ganz groß einer. Bumm. Ach, defuck. Jetzt wollen wir eine HK nachladen. Nach zwei Runden gelaufen. Ohne eine HK. Boah, schön. Boah, der. Sporn die Schuhe wieder. Na, ich hab eben eine Fuhre gekillt. Ja, nicht hier echt. Na, es lohnt sich ja gar nicht. Wie viel habe ich? 22, okay. Stöber, wir sind die letzten hier. Oder Sporn noch welche? So, ich bin fertig. Soll ich helfen? Ja, bei mir sind nur welche. Ich geh nicht zu nah. Aber alles ein am Leben. Einfach mal zur Sicherheit. Gerade da, schon wieder weg. Cooler Spruch. Ach, die Mälder ist schon cool. Oh, jetzt muss ich wirklich mal punchen gehen. Ja, also nächstes Ruh, also nicht so. Nein, ich hab auch noch nicht. Naja. Aber 40 Schuss. Also Runde 25, wenn die Hunde nicht kommen. Ja. Ja. Willst du damit einverstanden? Oder willst du nächste Runde gleich punchen? Ich weiß nicht. Also ich könnte die Runde noch durchhalten. Das Board noch Crawler. Weil ich hab noch eigentlich 8 Moni in der Pfanne. Da will ich noch nicht punchen. Willst du jetzt punchen oder erst Runde 25? Naja, aber wann willst du punchen gehen? Wir können jetzt punchen gehen. Okay, weil mir lieber auch noch zwei Crawler. Okay, hier geht die mal kurz. Oder wollen wir nächste Runde punchen, die Runde 24? Ich werde für jetzt. Okay. Nee, dann nicht, nicht. Ja. Kommentier, Reporter. Warte. Da haben wir zwei Crawler abgeschüttelt. Run, Dora. Genau. Ach, knapp. Ich dachte schon, ich bin... Ey, das sah aus, als ob ich nicht mit Kanzlei erstes. Wow. Puncher Mark. Oh, Portas X2-Strahl-Kadule. Äh... Es hat sich wieder ein gutes Visier. Oh, es ist die Ruhe. Ich hab die Zeus-Kamore. Also, geil, das noch mehr. Hallo, Leute. Hallo, Leute. Ich glaube, ich glaube. Hallo, Leute. Wieder waren wir noch. Nein. Oh, wo, Gott. Oh, Gott. Special-Rams, Special-Rams, Special-Rams. Special-Rams. Bei mir liegt keiner. Oder? Nee, bei mir auch nicht. Oder, oder? Hab ich einen eingesammelt? Ich weiß nicht. Nee, ich hab keinen eingesammelt. Hier fällt mir so schön dunkel und jünger aus. Oh, die fanden da ganz geil aus. Swiss-Kanoni. Warte, ich renne zu meiner Pose in, dann kannst du sie killen. Gleich. Ich muss mein Handy erst mal ertrinken. Ich hab mir jetzt für die Van Langen, die MP5K. Ich glaub, das ist gut. Ja, du glaubst. Ja, wir müssen erst mal warten, bis der Thiele wieder bereit ist. Okay, ich glaub so lange im Kreis. Oh, pui, juli. Den Call abzulenken. Runde 23. Ich glaub so zwei Stunden könnten wir jetzt schon aufgenommen haben. Kein Riebel mehr. Ach, ich hol mir glaub ich nicht Mulkick eigentlich, das ist voll behindert. Was holst du denn nicht? Mulkick. Also Eselstritt, also das ist mit drei Waffen. Weil es behindert, weil man die Pfanne ganz schnell zur Röhung braucht. Und dann ist die andere Waffe kommt, das ist behindert. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Rhaegar als dritte Waffe auch und sterbe, hab ich die Rhaegar nicht mehr. Ja, warte. Kannst One aktivieren. Okay, sehr schön. Und die Treppe runtergedäufelt. So. Okay. Boah, das sieht so cool aus in Rot. Und die Runde 24. Okay, Runde 25 schaffen wir auf jeden. Hoffe ich mal. Explodieren dann wirklich nicht. Der Hammer war irgendwie lange nicht mehr. Überhaupt irgendwie so eine Sachen. Wie Instant oder Nuke. Double Points von der Sonne, aber auch mehr auch nicht. Aber wir sind ja klargekommen. Irgendwann ist das alles egal. Ach, was hab schon wieder den fünften Hits. Gott, ich muss hier grad extra Wapetrain laufen. Frei Hits. Oh, na, la, 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 la. Oh, okay. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Benutze ich nicht. Ne, ich auch nicht. Zu gefährlich. Oh, aber die HAKK und die RPK können wir ja auch zusammen benutzen. um an auch die ich die Haka finde ich schon geile die Apikas war schon gut Haka zum Gäller weiß auch nicht wieso Gott 8 FPS 6 PS 7 FPS es ist klar als gibt es ja aber kurz bei mir mit aber war dort aus dem richtigen Lorten auch ruhig das war so keine Ahnung Prozent und erledigt zu uns Prozent ja gleich wollen wieder recht ist jetzt gleich meine Mäute hier jetzt kommt jetzt kommt Uhr Warte, gleich spawnen wieder welche. Oh, ich hab's überlebt. Ja. Wow, mit der Raygang geht's überall auf. Alter, ich hatte eben so eine Nahtoderfahrung. Das war mir geht vor mir, ich komm irgendwie nicht dahinter und du quatschst irgendwie wieder sowas. Was so laut war. Mein ich. Das war eh auch kapit 8. Fickt euch. Bitches. Das ist nicht für mein schwaches Herz. Boah, jetzt läuft da mir wieder ein Antingen. Hm, vielleicht spawnen die wieder, oder? Boah, das lohnt sie noch nicht. So, jetzt, warte. Gleich spawnen sie wieder. Attention, please. Okay. Jetzt müssten sie wieder spawnen. Oh, nee. Ach, gut, ich bin in einem guten Raum. Da sollte ich gut durchkommen. Ah, jetzt spawnen sie wieder die Schlingel. Okay, bonusraum. Also, du kannst. Ich weiß trotzdem, dass ich weiß. Weg, 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 weg. Ja, chill, bro. Ja, ich hab den Bock zu sterben. Chill, bro. Komm mal nicht mit der, Marsha, hier. Bin eisenhart. Wie ein Stein. Komm, nächste Runde Hunde, Java? Vielleicht. Weil ich brauche wieder Moni für die Hakania, komm noch was. Bei, ja, bei mir auch, bei einer 300. Und ich hasse es, wenn die Hilterme ist worden, und dann ist das immer der Fall. Ich hasse es, wenn ich einen Fehler mache. Und dann in den Zombies drin bin. Schießt da gerade auch jemanden, und dann sehe ich wieder wieder dieses Hitmarkader. Dieses Blutkreuz. Der Blutpfeil. Das ist nervig. Rennen. So, alle um mir liegt. Machst du den Grab? Nein, fick dich. Oh, Alter, zum Glück war's mit einem Crawler. Sonst wäre ich jetzt verreckt. Geht ihr euch die helfen? Ich hab keine mehr. Ja, mach mal. Ah, es bohr mir schon wieder welche denn, oder? Könnt's sein. Und ja, noch. Und, spawnen welche? Ne. Sind die letzten. Es sind noch drei. Ja, stimmt, eigentlich. Könnt man nicht endlich auch ausrutschen hier, von einem Zombies-Kaffee? Ich meine, jetzt ganz ehrlich. Nicht schießen. Ende. Meine Zombies benutzen ja schlecht Toiletten. So, ich hab noch einen. Okay, das war der letzte. Ja, kannst du spielen. Okay, wir brauchen wirklich nichts. Also, ich brauch nichts. Ich brauch nur Hunde jetzt in ner Runde. Soll. Okay. Drei Schläge, hör mir weg. Bäh. Entschuldigung, der musste raus. Du warst mit deinem Tisch manieren. Ah, nein. Und die. Hoffentlich klappt das hier. Ich bin dir nicht so sicher. Bin ich auch nicht. Oh ja. Jetzt führe ich mich ganz frei, aber mir klappt's. äh, Nervenkinze da aber jetzt klappt lol, wenn ich einmal direkt auf ihren Körper ziehe und schieße dann sterben die mit einem Schuss mit der Raygun mit einem Schuss schon nett so, hier mach ich noch nicht, noch nicht, noch nicht ja, äh, ich kann meine HKI nicht aufladen also ist das jetzt egal so kann ich? ja oh, HKI-Moni oh, Runde 26, das ist geil ich hätte mir gedacht, dass wir so weit kommen ich schon seid ihr bereit? Team Arbeit äh, dass ich mir das mal mit 15 HPS so gut spielen kann, ey das ist nicht mal lecky oder so das läuft flüssig jetzt, wenn ich nein, 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 nein ich bin dein Erz, ich bin wirklich tot ok, was war cool, ja scheiße wo bist denn du? bin oben, äh, im ersten Raum bin tot ok, klar dein Herz ist noch ein bisschen zu mir gekommen und ja, dann wollte ich den Affenwerfer, aber das ging halt irgendwie nicht ja, Runde 26 äh, boah mit dem ersten Versuch soweit ist eigentlich nicht schlecht ja, vielleicht werden wir das noch irgendwann mal wiederholen ja, ok, bis denn, tschau Leute denn, tschau Leute äh, ja